Herzlich Willkommen zu Film Fatal Shorts. Wir sprechen heute über, ihr seht es schon, Obi-Wan Kenobi. Die Serie, die jetzt frisch gestartet ist auf Disney+. Folge 1 bis 4 ist zumindest mal zum heutigen Tag verfügbar. Wir wollen mal so ein bisschen die Gedanken rauslassen. Dazu mal kurz drüber sprechen, wie wir das so empfunden haben. Und wie wir jetzt die Folge 1 bis 4 so in ihrer Gesamtheit vielleicht sehen. Ja. Magst du anfangen? Mach mal was ab. Ja, kann ich gerne anfangen. Wie taugt es dir bisher? Ja, also ich habe mich extrem drauf gefreut. Ich will jetzt auch gar nicht so einen langen Prolog machen. Ich habe mich extrem drauf gefreut, weil ich hatte, Tune McGrocker, das ist halt einfach diese Rolle, das ist auch mit meiner Kindheit ein bisschen verknüpft. Von daher, da knallen mir alle Synapsen durch, wenn ich höre, dass eine Serie dazu rauskommt. Habe es mir jetzt reingezogen, die ersten vier Folgen. Also alles, was aktuell online ist. Und ich muss sagen, ich bin enttäuscht im Großen und Ganzen. Ich weiß auch nicht mehr mehr. Die ganze Zeit habe ich gesagt, nach der zweiten Folge, nach der dritten Folge, es gefällt mir alles nicht so gut, aber Ewan McGregor ist stark. Mittlerweile bin ich mir gar nicht sicher, ob Ewan McGregor auch stark ist. Also ich meine, der spielt im Endeffekt einen leicht gebrochenen Mann, der jetzt auch nicht unbedingt viel spricht und auch nicht unbedingt immer die Intentionen klar sind oder wie er jetzt auf welche Pläne kommt. Also es ist alles ein bisschen diffus. Ich muss sagen, ich finde es, machen wir es mal einfach ganz kurz. Ich dachte, es geht mehr um Luke Skywalker. Das fand ich dann eine sehr schöne Überraschung, dass es eigentlich mehr oder weniger um Leia geht. Bis ich Leia dann kennengelernt habe. Dann dachte ich wieder, oh Gott, also diese ganz furchtbare Verfolgungsjagd-Szenen im Wald, da hatten wir es ja, glaube ich, im Podcast schon drüber, beziehungsweise schon tausend andere Leute im Internet. Was ein großer Quatsch. Und ich finde sie halt einfach Mittel zum Zweck. Also einmal sehe ich die Verbindung quasi nicht dann zu später, weil sie sieht ja dann auch, wie Obi-Wan Kenobi quasi umgebracht wird von Darth Vader in Episode 4. Und da ist es jetzt nicht so, dass sie macht, oh mein Gott. Also von daher bin ich mal gespannt, wie sie das noch auflösen. Und dann ist halt einfach nur, sie ist da, um ihn aus der Reserve zu locken. Sie ist da, dass er wieder seine Macht benutzt. Sie ist da, dass er sich Gefahren stellt, die er sich halt wahrscheinlich nicht gestellt hätte. Und das ist mir alles so forciert, muss ich sagen. Der Luke ist ganz cool. Der ein oder andere Charakter gefällt mir, wobei ich mit Reva oder wie sie heißt, oder Reva, also diese dritte Tochter, dieses ... Dritte Schwester. Oder dritte Schwester, dritte Tochter. Ja, dritte Schwester. Also auf die habe ich wenigstens weder Hass, dass sie so böse ist, noch finde ich sie irgendwie in irgendeiner Weise, dass ich sage, sie holt mich als Charakter ab. Ich bin grundsätzlich ... Es gab zwei, drei Seen, die ich cool fand, auch so ein bisschen Härte, die ich cool fand. Ich muss sagen, da wird ja auch viel drüber gesprochen, aber diese Laserpassage, wo dieser Stormtrooper drauf fällt, das ist so ein bisschen, wo ich denke, oh, schön. Aber dann auch wieder vermeintlich heroische Momente, wo für mich einfach ins Lächerliche gezogen werden. Also so zum Thema ... Naja, wir reden ja über alle vier Folgen, oder? Ist jetzt egal. Aber zum Thema Darth Vader, Kiesgrube. Ja, ist richtig. Ich sehe da vieles ähnlich tatsächlich. Also ich würde das meiste, was du sagst, auch so direkt unterschreiben. Ich habe da auch so meine Probleme darstellerisch, was jetzt die Darstellerin von Leia betrifft. Ich finde halt, die kann nicht acten. Man merkt es vor allem, wenn sie mal so in den Hintergrund rutscht. Ein Beispiel ist, in Folge 4 gibt es zum Beispiel so eine Art ... Das ist kein Close Combat, aber sie sind in so einem Tunnel oder in so einem Konstrukt, wo Obi-Wan dann gegen Stormtrooper und so kämpft. Und er sagt, ihr, sie sollen mal zur Seite gehen und sich verstecken. Und es gibt in diesem Tunnel halt keine Möglichkeiten, sich zu verstecken, als wie nur an die Wand sich zu drücken. Das macht die dann. Und während er kämpft und sie im Hintergrund steht, muss man mal auf sie achten, wie sie da agiert. Oh, habe ich jetzt nicht. Okay. Das ist so richtig, als wüsste sie gerade nicht, wo sie hingucken soll und wie sie sich bewegen soll. Und man spürt es als Zuschauer. Und das fand ich zum Beispiel ... Schaut sie in die Kamera. Oh mein Gott, gib mir mal Anweisungen. Das sind so Kleinigkeiten, das fällt mir auf. Und das holt mich dann raus, weil das in der Gänze halt einfach nicht funktioniert. Sie finde ich halt als Casting-Entscheidung nicht so gut, weil sie meiner Meinung nach auch nicht dem Alter entspricht, optisch für den Charakter, den sie spielt. Also sie soll zehn Jahre alt sein, wirkt aber halt eher wie fünf oder sechs. Wie du es auch schon gesagt hast, schauspielerisch, was jetzt Ewan McGregor betrifft, er hat halt nichts zu tun. Ja, genau. Also es ist ... Er wirkt halt optisch, weil er da ist, weil er halt einfach ein Mime ist, der allein schon durch seine Präsenz wird. Aber rein vom Schauspielerischen her, er hat nichts zu tun in dieser Serie. Und es ist einfach ... Es ist zu wenig. Und die dritte Schwester ist wahrscheinlich für mich der einzige Charakter, der mich irgendwie sogar am meisten noch interessiert. Was mit ihr so noch passiert. Ich meine, man muss nicht bis drei zählen können, um zu wissen, wo es mal irgendwann hingeht. Aber jetzt in diesem kleinen Universum, was man da sieht, ist sie noch der einzige Punkt für mich, der mich irgendwie so interessiert, wie die da noch agiert oder so. Stimmt wohl. Obi-Wan an sich interessiert mich überhaupt nicht in der Serie. Ist mir völlig Wurst. Die Kleine eigentlich auch. Alles drumherum finde ich auch eher langweilig. Und dann ist es halt so Sachen wie das Aufeinandertreffen mit Darth Vader, wo ich mir denke, ey, Leute, das hätte man doch episch in Szene setzen müssen. Also das sind zwei der größten, das sind die größten Charaktere mit im Star Wars-Universum, die richtig was zu sagen haben. Und dieses Aufeinandertreffen, gerade nach dem Abgang damals im Film, da hätte was passieren müssen. Und das wird so schäbig gemacht. Und das wirkt dann so wie hingerotzt als Fanservice einfach. Das ist mir einfach dann zu wenig. Wobei ich den Einstieg eher noch ganz cool fand. Also wie er da steht und du siehst quasi das Laserschwert, das rote, was dann aufgeht. Und die arbeiten ja eh viel mit Schatten oder Dunkelheit und das Laserschwert als Lichtquelle. Was ja prinzipiell ein cooler Kniff ist. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es das, glaube ich, gemacht hat, hey, lass uns das mal versuchen. Oh, das sieht ja cool aus. Passiert's immer. Es fühlt alles nur noch dunkel, wie es ein Laserschwert angeht. Absolut. Und dann halt dieses Wegrennen. Ja, man merkt tatsächlich auch, dass die das halt in diesen LED-Boxen drehen oder in diesen LED-Frames, die die da haben, um halt das Set zu projizieren. Genau, genau. Man sieht es vor allem auch optisch. Also mir fällt es ganz oft auf, dass man merkt, dass die in einem Set stehen, da es nur einen gewissen Frame gibt, innerhalb dessen sie sich bewegen können. Und du siehst sogar, wo die LED-Wand unten anfängt. Wenn du ganz genau hinguckst, das siehst du zum Beispiel in dieser Basis von hier, von den Inquisitoren, wenn die da hingehen, siehst du wirklich, wenn sie reinläuft in dieses Konstrukt oder was das ist, da wusste ich schon, okay, jetzt kommt gleich ein Schnitt, weil sie kann nicht weiterlaufen. Ja, genau. Und dann kommt auch der Schnitt. Und wenn du dann mal so in den Hintergrund guckst, siehst du unten am Boden, wo es anfängt, weil es halt leicht verschwommen wird. Und du merkst, dass das wohl der Frame ist, innerhalb dessen sie acten können. Und das ist, wenn man genau hinguckt, finde ich ein bisschen schwierig, weil du hast doch immer das Gefühl, gerade jetzt der Bereich mit der Laserschranke, was du vorhin gemeint hast, wo man dann sich denkt als Zuschauer, ja, okay, da ist eine Laserschranke. Links und rechts ist aber Platz. Man hätte doch auch um die Laserschranke drumherum laufen können. Geht halt nicht, weil LED-Wände, weißt du so? Ja, ja. Und das ist für den gewiebten Zuschauer eine Schwierigkeit, finde ich. Das wird vielleicht die große Masse gar nicht so merken. Und ich konnte auch die vier Folgen, jetzt mal unabhängig von dieser Kritik jetzt, auch locker so weggucken. Und ohne, dass es mich jetzt extrem gestört hat. Es ist mir halt nur beim feineren Blick, ist mir das aufgefallen. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, hey, Leute, das ist jetzt eigentlich euer Riesenprodukt bei Disney. Das ist der Scheiß. Das soll jetzt sagen, hey, wir sind hier, wir haben Bock. Und wir haben euch nicht vergessen. Genau. Euch Fans. Und dafür ist es einfach ein Rotz. Und wenn man bedenkt, dass jetzt vier Folgen raus sind, wir sprechen gerade über vier Folgen, und es gibt nur sechs, dann ist die Hälfte jetzt vorbei und die Hälfte war halt einfach nicht so doll. Nee. Schade drum. Ja, definitiv. Also ich muss sagen, es sticht jetzt auch für mich nicht so richtig raus, außer Szenen, über die ich mich, die hätten cool werden können, das ist aber im Endeffekt nicht Sinn. Das ist so das, was hängen bleibt. Also verpasste Chancen, kann man sagen. Ja, absolut. Ja. Ja, das trifft's. Gut, Freunde. Wie hat's euch gefallen, wenn ihr Obi-Wan Kenobi geguckt habt und findet das zum Beispiel richtig geil, dann schreibt das mal in die Kommentare und sagt uns auch, warum ihr das seid. Ich wollte gerade sagen. Wirklich, das ist super interessant zu wissen, was holt euch ab und mit was könnt ihr da connecten? Oder wenn's ähnlich ist wie bei uns, dass ihr sagt, euch gefällt es nicht, es hat keinen Spaß gemacht, was waren denn so die Punkte, die euch da missfallen haben? Und wie seht ihr diesen Umgang mit dieser Legacy oder mit diesen Charakteren überhaupt, Obi-Wan, Darth Vader und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Film Fatal Shorts. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.